Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 16. Januar 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 544 und ich habe heute euch die folgenden Themen mit dabei. Gerichtsentscheid, Rückschlag, Apple Pay, Smart Battery Case, DuckDuckGo und Instagram-Eye. Ich beginne mit einem Gerichtsurteil, das in den Staaten gefällt wurde, logischerweise auch dann für die Staaten anzuwenden ist und passiert im Bereich Oakland, also im Staat Oakland. Da hat nämlich ein Gerichtsurteil oder eine Gerichterin darüber entschieden, dass man mit einem Durchsuchungsbefehl, den man so wahrscheinlich vor allem aus den ganzen Kino und Serie und Filmen generell kennt in Amerika, dadurch ist man nicht berechtigt, oder ist die Polizei nicht berechtigt, ein Smartphone oder ein Tablet über einen Fingerabdruck, biometrische Funktionen wie Gesichtserkennung, Augen, Iris-Scan und so weiter freizuschalten. Das ist doch mal eine schöne Idee. Sie hat gesagt, da da noch viel mehr Daten drauf sind als das, was die Polizei eigentlich angeht, sollen diejenigen einen anderen Weg gehen und zum Beispiel bei Facebook anklopfen und den Zugriff auf den Messenger verlangen. Oder natürlich, Facebook Messenger steht da für alle möglichen anderen Dienste, die man eben für solche Dinge hätte verwenden können. Bin mal gespannt, das Ganze wird sicherlich noch weitergetragen an ein höher stehendes Gericht, aber in erster Instanz schon mal eine nicht so schlechte Geschichte. Qualcomm und Apple Irgendwie wiederholt sich das. Früher war es Samsung und Apple und haben lange gekämpft und so weiter. Aktuell ist Qualcomm und Apple dran. Ja, sie haben ja vor kurzem gewonnen in Deutschland und durften damit ein iPhone-Verkaufsverbot für gewisse Modelle erwirken und nun wollten sie da noch ein bisschen nachbuttern und eine weitere Geschichte vor Gericht zu bringen. Eine Klage, bei der es darum ging, dass Apple ein Patent von ihnen verletzt hat, indem sie einfach eine Kleinigkeit, die eben das Patent ausmachte, abgeändert hatten und es so zunutze geführt haben. Ja, das wurde abge-, wie sagt man dem so schön, wiesen und jetzt dürfen sie in der Instanz weitergehen. Die Frage ist, machen sie das bei dem doch sehr kleinen Patent oder nicht das Patent ist klein, aber die Verletzung ist relativ klein, hat natürlich Auswirkungen, aber die, es ist schon nicht ganz einfach. Ach, wir dürfen gespannt sein und wir werden euch sicherlich hier in der Daily auf dem Laufenden halten. Gestern hatte ich es ja davon, dass die ersten Zahlen durchgesickert sind zu Apple Pay in Deutschland, wie fleissig das genutzt werde und ich habe ja gesagt, dass Apple mehr Umsatz generiert hat mit Apple Pay, also die Banken mit der Apple Pay Funktion mehr generiert haben als Kunden mit einer normalen Visa Karte. Jetzt habe ich das auch noch in Papierform. 225 Euro ist der durchschnittliche Verbrauch von digitalem Geld, was so ein Apple Nutzer in Deutschland durchgejettet hat. Bei Visa sind es einzig und allein 1690 Euro. Man muss natürlich sagen, bei Apple Pay haben viele, viele Gnaden, begnadete Anhänger sehr lange gewartet, bis sie den Dienst nutzen können und bezahlen jetzt natürlich auch ganz, ganz viel damit. Ich bin mal gespannt, wie sich dann das im Jahresschnitt und so weiter zeigen wird. Das ist natürlich sicherlich im ersten Monat ein kleiner Hype, aber ich glaube nicht, dass es bei dem bleiben wird und ich glaube, das wird dementsprechend auch weitergehen und vor allem noch wachsen. Spätestens dann, wenn im Frühjahr diesen Jahresjahr die weiteren Banken zu Zug stossen, die ja angekündigt waren. Wir bleiben gleich beim Hersteller der iPhones und um die dreht es sich genau. Genau um das iPhone XR, iPhone XR, iPhone XR, entschuldige mich vielmals, iPhone XS und XS Max. Die haben jetzt ein Zubehör bekommen. Ne, ich spreche nicht von dieser lustigen Ladeplatte, von der wir es vor ein paar Tagen schon hatten. Ne, vom Buckelwal. Mögt ihr euch noch erinnern? Von vielen als Buckelwal verschrien. Ich finde den überhaupt nicht schlimm und vor allem, er hat mehr Power drin. Keine Powerbank oder weniger Powerbank mitschleppen dadurch. Die drei neuesten iPhone-Modelle haben jetzt jeweils einen bekommen. Sprechdauer zusätzlich 39 Stunden beim XR, beim XS Max sind 37 Stunden und beim XS sind es 33 Stunden, die ihr zusätzlich mitbekommt. Weitere Details und so weiter findet ihr natürlich wie immer bei uns in den Show Notes. Weiter geht es mit Google Maps, zumindest indirekt, denn die bekommen mehr Konkurrenz. Nachdem sie im letzten Jahr ihre Preise ja deutlich gestärkt haben oder erhöht haben für Zugriffe über ihre API, haben ja andere Hersteller schon in die Bresche gesprungen. Zum einen hat hier seine Preise gesenkt, zum anderen gab es auch andere Möglichkeiten mit anderen Herstellern. Und jetzt geht es einen Schritt weiter. Apple Maps kommt endlich in den Browser und zwar in erster Linie jetzt mal bei DuckDuckGo. Wer es nicht kennt, ist eine alternative Suchmaschine, die zum einen gut ist, aber zum anderen keine Daten von euch sammelt. Und das ist ja vielen von euch wichtig, wie mir auch und somit sicherlich eine Alternative. Und die integrieren jetzt neu die Apple Karten, wenn es ums Navigieren geht, wenn es um Adressen und so weiter geht. Bei erstem genannten, da kann man nach wie vor die auch Drittanbieter Software wählen, aber in erster Instanz wird die Apple Karte angezeigt. Ich finde das nicht schlecht, ein bisschen Bewegung soll da reinkommen in den ganzen Kartenmarkt. Und ich freue mich somit dann auch auf bessere, für mich funktionieren sie ja gut, aber noch detailliertere Apple Karten. Und natürlich auch bei all den anderen Diensten, das wird, das zieht natürlich da auch überall an. Kennt ihr es schon? Den neuen Instagram-Star schlechthin, das World Record Egg, ein Profil, ein Foto und ein Ei. Das eine Ei ist natürlich auf dem Foto mit drauf und das hat schon einiges an Likes bekommen. Insgesamt haben sie 6,4 Millionen Abonnenten und auf dem einen Bild sind 48, 43,3 Millionen Likes oder Herzchen drauf und 2,2 Millionen Kommentare. Was daraus wird, da bin ich echt gespannt, aktuell wird Merchandise verkauft und das nicht wenig. Ich werde nachher gleich mal den Bitly Account mal ein bisschen analysieren oder einen Link besser gesagt. Bin da gespannt, was da so geklickt wird. Aktuell sind es zwei T-Shirts, die verkauft werden, jeweils zu 15 Pfund. Ich bin extrem gespannt, was daraus wird, ob man da was aufbaut, ob das nur ein PR-Gag für irgendwie bessere Tierhaltung und so weiter wird. Wir dürfen gespannt sein. In diesem Sinne, das waren es die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Eine kleine Vorwarnung, ich bin die nächsten zwei, drei Tage, drei Tage mit meinen Mädels allein zu Hause, meine Frau nicht da. Ich hoffe, ich schaffe es jeweils am Abend noch so fit zu sein oder besser gesagt in der Nacht, dass ich dann die Daily auch zeitnah aufnehmen kann, dass es da klappt. Drückt die Daumen, ich gebe auf jeden Fall alles und würde mich freuen, wenn es klappt, dass auch morgen um 4 Uhr wieder eine Daily da ist. Ansonsten euch noch einen schönen und vor allem einen erfolgreichen Tag. Wir hören und lesen uns wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.